Wir werden jetzt ein richtig fettes Megabox-Opening-Battle machen mit den zwei goldenen Ticket-Gewinnern. Und... Was? LOL! Oh mein Gott! Dann machen wir noch einen kurz auf. Ja! LOL! Mein Gott! Habt ihr den einfach gewinnt? Nein. Was? Was? Ich trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle sieben Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, ihr seht es schon. Heute gibt es ein richtig krasses Special-Video. Wir sind hier nämlich zusammen mit Kevin am Start. Moin Moin erstmal. Und mit den zwei goldenen Ticket-Gewinnern, die tatsächlich eine Aufnahme mit uns gewonnen haben. Damals beim Merch, viele erinnern sich von euch bestimmt noch. Ja. Genau, ihr könnt euch mal vorstellen, wie ihr heißt und so weiter. Ich bin Laurens, zehn Jahre alt und freue mich schon super aufs Open. Ich bin Clemens und bin acht, äh, sieben Jahre alt und ich freue mich auch aufs Opening. Genau, die beiden freuen uns auf jeden Fall schon drauf. Und es ist auch eine sehr nette Familie hier, also freuen uns wirklich hier zu sein. Und die werden jetzt ein richtig fettes Mega-Box-Opening-Battle machen. Und zwar einmal Kevin und ich gegen quasi die beiden Gewinner hier. Bin mal sehr, sehr gespannt. Leute, schreibt jetzt schon mal in die Kommentare, wer wird gewinnen. Wir haben beide tatsächlich einen komplett leeren Account. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal los als erstes, ne? Leute, lasst ihr auf jeden Fall mal 50.000 Daumen nach oben da. Für 50.000 Gems ist wieder komplett eskaliert. Ja, Mann. Natürlich noch die Punkteliste hier. Stimmt, ja. Hast du vergessen? Gut, dass du das sagst. Bin mal sehr gespannt, wer am Ende mehr Punkte hat. Und dann geht's los, oder? Würde ich auch sagen. Ja. Genau. Also einmal in den Brawl-Pass. Natürlich Creator Code Lukas immer eingeben, Freunde. Ja, genau. 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 Die Gems haben natürlich ich in dem Fall gesponsert, Freunde. Ist ja klar. Das gehört ja zu dem Geschenk dazu von dem Goldenen Ticket. Und er ist schon mal gut am Start. Und jetzt schon mal den Brawl-Pass hochgemmen. Das ist auch super schnell als ich. Okay. Wir machen Wettrennen, okay? Schaff ich nicht, schaff ich nicht. Wir machen Wettrennen. Und Stufe 70. Sehr nice. Genau. Ihr müsst doch beide sagen, welchen Brawler wollt ihr am meisten haben? Buzz. Buzz. Und du? Und Leon und Buzz. Leon und Buzz. Okay, nice. Dann wir starten jetzt nur mit den Big Boxen und Brawl-Boxen. Ja. Um die Mega-Boxen nicht zu verschwenden, sozusagen. Ich fang erst an. Und Poco. Süß. Ah, okay. Und wir haben den Boxer. Okay, also beide haben schon mal einen Punkt hier. Okay, einmal auf Poco. Let's go. Wir müssen schneller öffnen. Und? Weiß ich nicht. Oha, die Boxerin. Ah, sehr nice. Oh, ja. Wartet kurz, wartet kurz. Komm, ist mit Rico. Erster Brawler. Erster Brawler ist einfach mal. Drei, zwei, eins, go. Ah, Daryl und Penny. Okay. Beide haben jetzt vier Punkte. So. Und jetzt geht's los mit dem Upgraden auf Power 7. Okay, wir starten einfach mit diesen Mega-Boxen aus dem Brawl-Kasten. Was ist mit der Nita? Der Nita? Der Nita hat leider nur acht Pokale hier. Ich kann aber der Nita einsammeln. Ja, okay. Ihr könnt der Nita einsammeln. Ja. Und bester Brawler. Oh, Mann. Let's go. Ihr habt direkt schon gewonnen eigentlich. Kannst auch nochmal dein Shirt sein. Ja, ja. Das ist ein Shirt. Ja, Mann. Sehr irre. Also jetzt starten das Opening. Mega-Box. 3, 2, 1. Und go. Fünf verbleibende. Oha. Fünf verbleibende. Ja. Ich zieh auch nicht. Aber wir habt auch nichts. Das nennen jetzt. Oh, fünf verbleibende. Oh, wir haben was. Wir haben was. Und ja, dann warten wir nochmal auf euch. Oh, loll. Vielleicht hat sie sogar zwei Sachen. Oh, loll. Okay. Zwei Sachen. Könnt ihr mal starten. Eins, go. Ah, get it. Und go. Und go. Fünf. Ah, okay. Schau mal, eine seltene für euch hier. Grün verbleibende. Schau. Oh, loll. Zwei Sachen mal fünf. Oh mein Gott. Oha. Nein, noch nicht öffnen, noch nicht. Oh, wir kriegen wieder drei verbleibende. Ja, ja. Wir warten. Da muss eigentlich ein Crow drin sein. Ja, ja. Fünf. Oh, wir haben was. Drei, zwei, eins, go. Oh. Wie kann das sein? Oha. Übel gut. Krass, krass. Sie legen ja schon mal gut vor. Mit fünf Stoils. Oh. Sechs verbleibende. Oh. Sechs verbleibende. Oh. Ah, nice. Oh. Okay. Zunächst du drückst das erste. Drei, zwei, eins, go. Oh. To trolley. To trolley. To trolley. Eins, zwei, drei, go. Oh. Edgar und Frank. Ah, nice. Edgar und Frank. Oha. Er und geht schon mal gut los. Ja, stimmt. Sechs. Sechs. Oh, nice. Und. Okay, nur eine. Drei, zwei, eins, go. Rico. Der erste Brawler ist einfach mal Rico. Genau, nochmal der erste Brawler Rico, wie ihr Freunde. Dachte, du hörst die LTE, Kevin. Sechs verbleiben. Toll. Oh, wir hatten was bei fünf. Bei fünf. Okay, dann. Okay, macht auch einfach auf. Okay, okay. Carl, die Klochschüssel. Ah, die Klochschüssel. Ah, egal. Sechs verbleibende haben wir. Ja, wir haben was, wir haben was. Ja, wir sind schon fertig mit dem Brawler. Okay, dann geh zu den Graz Megaboxen. Komm. Oh, noll. Sechs verbleiben, ne? Die gönnen immer irgendwie. Drei, drei, eins, go. Jackie. Oh, ja. Jackie und die Boxerin. Na. Oh, wir haben wieder sechs verbleiben. Warte, sollen wir das Angebot kaufen? Ja, genau. Ja, genau. Fünf. Okay, mach du die nächste Klingel. Ah, fünf. Ah, da auch fünf. Okay. Mann. Ah! Ah! Loll! Oh mein Gott. WTF gegen 1,8. Ich hab noch nie acht. Warte mal, vielleicht sind die vier. Oha. Komm bitte. Nein, dann wär's neun. Okay. Loll. Vielleicht Trieb, Rolli. Ah. Two Broly, two Broly. Ich hab schon mal acht Verbleiben. Drei, zwei, eins, go. Da können wir den Skin auch direkt abholen. Ey, aber acht Verbleiben geben auch zehn Punkte. Immer in acht Verbleiben. Krass, sehr krass. Darf ich den Skin abholen? Ja, 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 klar. Oha, noch ne Megapol. Ich glaub, du musst gleich mit dem Handy ins WLAN, Kevin. Ja. Oha, sieben. Oha, sieben. Oha. Ich hab leider geskippt, aber wir hatten sieben. Ja, weiß. Ich mach eben die beiden, auch wenn wir die nicht brauchen. Ich öffne einfach schon mal. Ja. Und? Und go. Komm, Crow. Toll, die Biene. Ich mach jetzt für Gems. Mhm, fünf Verbleiben. Sechs. Ja. Mal. Das hast man jetzt um kurz so einen, äh, stopp macht. Machen wir hier noch mal kurz auf. Jaaaaas. Toll. Mein Gott. Habt ihr den einfach gewinnt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einfach mal legendärer. Oh mein Gott. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Übel, krass. Einfach aus. Oh mein Gott. Ey, was sag ich für Glück? Tief. Acht verbleibende und legendärer habt ihr schon. Jaaaa. Und? Wir haben noch nicht mal alle epischen und noch nicht mal alle mythischen. Oha. Sehr geil. Und noch 22.000 Gems. Was? Oh mein Gott. Das ist übel krass. Das ging sich schnell vorbei. Das ist echt krass. Sehr krass mit Amber. Aber. Zieh ich jetzt hier mal weiter, Freunde. Lukas hat die ersten auf. LOL. Oh mein Gott. Direkt mal sie verbleibende. Sehr nice. Sehr nice. Ah, schade. Soll ich aufmachen? Wollt ihr auch noch einen aufmachen? Nein, 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 mach. Okay. Roll. Oh, tut Roley. Der erste Brawler ist einfach mal Rico. Und? Jack. Okay, okay. Das wird jetzt auch einmal sein, dass das wäre. Ja, das stimmt. Das stimmt. Die rumverbleibende. LOL. Wieder sieben. LOL. WTF. Ich mach eben auf. Sechs. Ja, Gadget. Dann warten wir mal kurz. 3, 2, 1, go. Ah, Gadget. Bei den Gadget. Das ist doch noch ein wenig, aber. Das ist doch auch noch ein wenig. Neul. Wieder sieben. Das dritte Mal. Wie soll denn das? Wie geht denn das hier? Fünf. Einmal Gadget. Und? Doi! Surge. Einfach mal. Surge. Surge. Let's go. Nice, let's go. Okay, dann weiter geht's dir. Sechs verbleibende direkt. Sieben! Goll! Noll! WTF! Ah, schade. Okay, macht ihr zuerst mal. Siemens, machst du als erstes. Und? Ah, schade. Und zähl mal runter. Drei, zwei, eins, go! Ich bin! Noll! Die Biene, nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, immerhin, wer hat ein Gadget. Und stopp, du, Brola, du, Gadget. Ja. Sechs verbleibende haben wir. Ich mach auch auf. Ja, mach mal auf. Goll! Bell! Ha! Nice. Das ist die Geile. Sehr nice. Bell ist ja aktuell quasi mythisch. Das heißt, ich bin natürlich an der Stelle, Freunde. Oh, sechs verbleibende? Noll. Ja, mach mal. Und so. LoL! Was ist das? LoL! Sir Wuppets. Ja, holl. Ja, sag auch mal mein Cousin. Ja, ja. Sechs verbleibende. Okay, mach mal auf. Oh, ja. Ich dachte erst, das wäre erinnernbar. Ich dachte erst, das wäre erinnernbar. Mach dir jetzt auch für eine Idee. Ja, die war, ich habe sechs. Nice. Oh, fast hättest du mir gedacht. BAS! Oh mein Gott! Einfach BAS gezogen. Einfach mal BAS. Wie soll das denn? Oha! Wie zu heftig. Oh mein Gott. Ja, sehr krass. Heute haben wir irgendwie verlackt. Ja, ja. Sehr, sehr krass. Vor allem so Frühschock. Wir haben einfach mal BAS, Freunde. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Zehn Punkte. Zehn Punkte für BAS, das stimmt. Nice. Komm. Selbst verbleibende nochmal. Und... LoL! Letzte Toilette. Letzte Toilette. Willst du wieder? Ja. Warte, ich mache noch einmal. Ja, sechs. Und zwei. Ah, schade. Kann ich öffnen? Ja, öffne. Let's go. Oh! Mr. Peter. Und wir haben O. Pipa. Oh, Pipa. Sechs. Oh, LoL. Oh, LoL. NoL. Frank mit dem Hammer. Frank mit dem Hammer. Okay. NoL. Edgar. Edgar. Ah, okay, nice. Oh, wir haben sechs Verbleibende. Ja, mach einfach mal ab. Okay. Oh, Noni. Noni. Let's go. Oh, wir haben was. NoL. Nice. Warten wir auf euch. Ich finde, was schlägt immer noch an. Nein. Ja, mach mal auf. Okay. Oh, go. NoL. Sir Muffin. Einfach aus der Marfels Küst an Fabia liebiert hier. Ja, ja. Wir haben jetzt schon sehr oft im Vergleiche gehört. Oh, Sechs. Oh, LoL. Oh, LoL. Oh, LoL. Oh, LoL. Okay, jetzt. Colette, ja. Sechs verbleiben sie. Oh, LoL. Ah, LoL. Der Eisverkäufer. Ja, okay. Ja, ja. Und? LoL. Squeak. Skeg. Kevin, weißt du, an was mich deine Frisur erinnert? Ich denke. Oh, Sechs verbleiben. An so ne... An so ne... An so ne... Himbeer. Eiskrögel. LoL. Ach, das ist ja nicht so so. Ja, das sieht doch ein bisschen so aus. Schon wieder Sechs. LoL. LoL. Oh, Sechs. Oh. Leute, schreibt mal ein Hashtag Himbeer-Eis-Bugel in den Chat. Ja, das sind ja die Kommentare bei nicht. Sechs. Oh. Oh, nice. Und? Go. LoL. Bell. Bell. Einfach mal Bell. Bell ist jetzt auch mythisch. Ja, ja. Das stimmt. Ich bin gespannt, wer von uns noch einen Legendären hier zieht. Ist ja gut möglich. Und gönn. Oh. Sprout, Sprout, Sprout. Sprout. Ja, wir haben erst zwei mythische Kevin. Sechs. Oh. Und go. Oh, Pipa. Oh, LoL. Schon wieder. 3, 2, 1, go. LoL. Die Mutti. Die Mutti. Die Mutti. So. Oha. Und? Und? Ah. Gale, Gale, Gale. Wechs, Wechs. Und? Oh. Der hat auch Gale. Der alte Mann. Wechs verbleibende. Und? Gönn. LoL. Mortis. Mortis. Wirklich eigentlich Mortis? Nein. Ah. Sehr gut. Nicht miss. Oh, endlich Sechs. Oh. 3, 2, 1, go. LoL. Der Eisverkäufer. Oh. Oh. Sechs verbleibende. Oh. 3, 2, 1, go. Oh. Die Kneipenschlägerin. Die Kneipenschlägerin. Ja, ja. Oh, Sechs verbleibende. Oh, nein. Ah. Nein. Okay, dann let's go. Es geht weiter. Oh, wir auch. Nice. 3, 2, 1, go. NoL. NoL. Squeak einfach mal. Ja, ja. Das ist noch alles, was du dir wünschst, ziehst du einfach. Mach weiter. Nice one. Okay. Sieben. LoL. Und 3, 2, 1, go. Ah. Gadget. Und Gönn. Ah. Star Power. Wird da drauf. Sieben. LoL. 2, 2, 1, öffnen. Oh. Oh. Aber jetzt vielleicht. Oh. Nice. Sehr nice. Ja, okay. Wir haben leider nur ein Gadget gehabt. Oh, wir haben wieder Sechs. Oh. 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 Sieben. Toll. Super. Sehr krass. Und go. Okay, kann man nichts machen. Sechs. Oh. Gönn Bruder. LoL. TARA. Nice. TARA ist auch sehr nice. Sechs. Sechs. Und. Gönn Legendary. 3, 2, 1, let's go. TARA. Oh. Oh. LoL. TARA. TARA. Sieben. Oh. LoL. Einmal Gadget. Ball. TARA. Zwei war vier. Sechs. 3, 1. Und. Gönn. Gönn Bruder. LoL. Oh mein Gott, ich dachte schon Legendary. Jetzt nur noch Legendäre. Jetzt habt ihr alle Mythischen auf. Oha. Hier nur noch Legendäre. Krass. Ja. Eins flinkt. LoL. Byron. Auch. LoL, wir haben erst vier Mythische. Ja. Sieben. LoL. Oh. Gönn. Legendäre. Ah. Mann, oh mein. LoL. Genie. Oha. China. Wir haben sechs. Sechs. Oh. 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 Wir machen das noch nicht so lang. Aber ihr kriegt das auch schon gut schnell hin. Oh. Sechs. Yes. Zwei. Oh mein Gott. Spike. Oha. Einfach mal Spike, Digger. Oha. Oha. Ultra krass. Oha. 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 Ich hab einfach Leon bekommen. Oha. Aus einer Big Box. Aus einem Brawl Pass. Oh mein Gott. WCF. Und das war auch noch aus den Gratis Brawl Pass. LoL. Alter, das war sehr krass. Wenn ich mal so... Einfach gratis Leon. Na ist so. Okay, jetzt letzte Megabox. Letzte Megabox Freunde. In 3, 2, 1. Go. Ne. So, Freunde, wir sind jetzt tatsächlich durch mit dem Opening Battle. Das ist wirklich, wirklich krass. Kannst ja auch nochmal so durchscrollen und zeigen. Also, ich glaube, die Jungs haben uns echt abgezogen. Haha, haha, haha. Wir haben einfach drei Legendäre, wo kommen wir nur einen? Okay, wir haben Bass gezogen, aber sie natürlich auch. Und die haben auch noch acht. Ja, und auch noch acht verbleiben, ne? Sehr, sehr krass. Also, Glückwunsch nochmal, Jungs. Ich habe jeden legendären Roller auch jetzt in meinem Leben gezogen. Ja, das ist echt sehr krass. Also, wirklich nochmal Glückwunsch. Also, seid Freunde, unbedingt auch mal ein Like belastet. Wir sehen uns im Kanal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.